Ist das hier dein famoses Team von Experten? Und ich würde es Crew nennen. Eine Crew, die erst beweisen muss, ob sie weiß, wie man segelt. Was ist passiert? Na was schon, meine große Scheiße. Die beiden Morde hängen zusammen. Ja, nur eine Person wird dieses Wunder vollbringen können. Ex-Kommissar, jetzt bin ich Koch. Sind das alles Polizisten hier? Sagen wir, dass wir alle auf die ein oder andere Art in Strafvollzugsanstalten zu tun hatten. Mord mir auf, dass wir die Insassen besser einschätzen können als jeder Polizist. Heute bin ich fröhlich. Und wenn ihr euch entschuldigt, kann das euer Glückstag werden. Und wenn nicht? Dann werde ich sehr ungemütlich.